leute was geht und damit herzlich willkommen zu einer folge minecraft adventure map die was zwei mit der besser david halbücher ja okay wir sind ein payday aber da habe ich ja auch festgestellt dass mir nicht mal die first ist also willkommen zur adventure map payday 2 das ist nichts diversity okay wir waren jetzt mal hier stehen geblieben wir sollten im volkratzer fenster einschlagen wort er war ich habe mir das alles überhaupt nicht gemerkt ich sagen und irgendwas auswählen finden okay wir sollen jetzt erst mal texteffekt zu shanghai ich mache so habe ich mir schon fast gedacht dass irgendwann kommen muss eigentlich so shanghai das ist irgendwie ganz lustig gemacht hier die ansicht hier ja auch scheiße das ist mit diesen karten das haben sie irgendwo aufgebaut auf der map so wir sind da in shanghai stadt es ist 8 uhr 50 pm also 20 50 ist hier gerade das ist es in real life gerade nicht und überleid ist gerade 20 39 nur so zu spiel wartet also hier ist irgendein zeichen sich dieses jing yang zeichen nach keine ahnung ich habe von chinesen keine ahnung ich glaube das müsstest du arako fragen der ist ja japaner liebhaber ja der hat in der wm japan verfolgt glaube ich weiß es nicht ich gehe gerade irgendwo hin hier ist der ausgang chinesen secret gardener sie großen gärten für chinesen juckt mich nicht raus hier ist kalt so das kalt so raus hier okay wir sollten irgendein restaurant finden oder kann das sein ja hier ist ein restaurant glaube ich kann das sein es ist ein markt und es blitzt gerade das ist ich könnte es das restaurant sein hier wo bist du gerade hier sind müde ach so ach da ich glaube es gibt ja mehrere naja könnte eventuell sein kaffee noch nicht wo alter könnt ihr mal aufhören mit dem feuerwerk hier das nervt irgendwie toll warte mal ich muss mal ganz kurz im music und sounds mal hier feuerwerk leiser machen alter das feuerwerk ist so laut wie macht man das aus hier das bloß also nicht guck mal das ist einfach der beste verkäufer ever man kann bei dem einfach die sachen abhängen oh fuck 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 oh mein gott ich blöde das ist mir jetzt schon fast peinlich irgendwie man kann bei dem verkäufer die sachen abhängen dank dem verkaufen ich verstehe kein wort ich muss es selber sehen man kann ihm seine eigenen sachen verkaufen ach so mich nichts verstehen ich schlecht ich mag auch goldner geht es damit was ist grad mit dem ton los hier ah jetzt jetzt wieder so ok wo bist du jetzt hier guck ich hab ich hab ich hab 1 stack und 16 goldnuggets nice hast du geraubt oder wie gerade nee ich hab ich guck ich hab den die klamotten hier von dem kino und der bezahn und den kann man ach so da kann man die klamotten von ihm verkaufen lol die gehen nicht ach so heisen golem ich hasse dich und ich werde dich irgendwann töten aber vielleicht noch noch eine projekte weiß ich nicht aha ja der chef ein emerald für zwei redstone fünf dias für ein emerald ok guck mal hier sind das chinesische wir sind diese naja black market also hier sind die katze Misty ich kann man bullets kaufen ach so overred level wiegen ich kann mir so eine fragranet kaufen mhm ich hab nicht ja bullets hab ich noch genug ehrlich gesagt ja ich hab so das und drache irgendwie kann das sein ja ist das vielleicht der soran hier das hier gibt's gute fortschritt ah ok ich hab aber noch genug warte mal wir gehen zurück hier ist ein nachglück wo hier ist ein nachglück wird alle haben wir hier stehen hier sind wir hier sind hier sind es hier sind wir hier sind wir hier sind wir hier ist hier sind wir hier sind wir das ist Ja, das müssen wir nicht wissen. Wie glaubst du? Wollen wir da reingehen? Ah, die sind alle voll der Tür. Die sind eigentlich relativ easy, das soll sich nicht töten. Hilfe! Oh, warte, 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 ich krieg den hin. Warte, du? Hä? Oh mein, was ein Triade ist das? Es sind keine Korpsen, es sind Triaden. Was sind Triaden? Äh, irgendwelche Leute. Hey, aber guck mal, alles gegenüber von dem ist... äh, Lea. Mhm. Wie ist das? Klaus-Rolidays. Klaus-Rolidays, ja. Ich geh einmal trotzdem rein. Klaus-Rolidays, ne, gar nicht. Ist ein Zivilist, aber der hat nichts. Klaus-Rolidays, ja. Gibt auch ein MF6-Gruck-Birdshop. Das ist aber irgendwie super. Ja. Warte mal, geht's... Hier hoch? Es gibt einen Haufen Leute auf jeden Fall. Ich glaub, hier sollten wir dann weiter, aber wir sind noch bei einem Restaurant noch gar nicht. Und ich glaube, das ist da hinten eigentlich. Opa, aber was ist das? Das ist links schlecht? Da steht irgendwas, warte, ich guck mal. Red Dragon Restaurant. Okay. Wir haben's gefunden. Ich hab's gefunden. Ich hab's gefunden. Okay, Step Only. Wir geben dir immer trotzdem rein. Hi, Chef. Hallo. Excel, tschüss. Alles klar. Ich töte den... Soll ich den Chef noch töten? Ja, hier ist glaub ich der Typ. Nee, die Kinder nicht. Das hab's getan. Doch. Warte. So, wir sind... Ja, was sollen wir jetzt hier machen? Wir sind hier... Ah. Ah, hier... Warte, ein Marker? Travel to Towers. Noch nicht? Noch nicht? Das Wasser. Okay. Hier ist ein Abwasserkanal. Und hier geht's runter. Boah! Jetzt stinkt das Zeug. Happy Gold Nuggets. Ich hab's gefunden. Ich hab's gefunden. Mir fehlt grad die 1.13er Schwimmen-Animation. Komm, wir kommen mir nicht raus. Niemals raus. In der 1.13 können wir jetzt hier wie Sau durchschwimmen? Ich hab dich geschickt. Achso. Ja, ich hab irgendwie Soundtrack-Problem. Achso. Ey, das ist Feuerwerk. Ja, es nervt echt irgendwie, aber... Wenn du Ton leiser machst, dann stellst du aber auch 20 andere Sachen irgendwie leiser. Ja. Es geht schon leicht auf den Senkel. Okay. Sollen wir los? Ja. Ja. Ich hoffe, wir haben jetzt nichts übersehen. Ich bin schon mal losgereist. Komm, du mal hinterher. Danke. Hier ist Holz. Ja. Okay. Wir sind in der Tiefgarage. Ja. Die sind wir als Autos. Aber was sollte diese Mission jetzt eigentlich bringen überhaupt? Ich hab jetzt nicht aufgepasst, was du gelesen hast. Aber wir müssen irgendwelche Schwerte klammern. Ich glaube, wir sind im Wolkengratze oder was? Ja, ja. Elevator. Das hier ist abgelangen. Aha. Okay. To Lobby. Und Open Doors. Open Doors. Wir sind ja jetzt in der Lobby. Ja. No Lobby guards. Was ist die gefragt? Hm. Achso. Also wir sind hier keine Lobbywächter. Ähm. Achso. Was ist das? Was heißt in Basis jetzt noch mal? Irgendwas wegen dem Feuerwerk? Wenn die feiern. Ja. Ja. Ähm. Irgendwas mit 30 Minuten. Okay. Ist mir so. Ich hab's kaum noch zu übersetzen. Oder? Also die sind... Na, keine Ahnung. So. Call Elvator. Nur auf 30. Wo? Open Doors. Alter. Der Fahrstuhl ging ja grad schnell. Okay. Janitor closed. Hier ist nichts drinne. Alter. Feuerwerk. Halt die Fresse. Boah. Ist hier alles? Oh. Blow Window. Komm mal her. Hier können wir halt anders. Alter Feuerwerk. Halt die Fresse. Boah. Wow. Hast du bekloppt. Aber wir haben doch noch die Schwerter nicht geklaut. Wo? Da oben ist ein X. Da soll man hin, oder? Kann das sein? Ja. Aber hier. Geht's runter, glaube ich. Ja. Au. Wow. Das hätten wir auf die friedliche Art und Weise machen können, oder? Einfach am Flur. Oh. Videokamera. Ah. Hier brauchen wir die Keycard. Okay. Ja. Die sollten wir, glaube ich, auch erstmal holen. Ja. Vielleicht hier irgendwo. Weiß man nicht. So. Raum 304. Hier ist nichts. Boah, Alter. Das Feuerwerk geht so auf den Senkel. Hast du was? Wo war ich? Hier. Ach so. Okay. Ja, das sieht cool aus. Das können wir gar nicht aufmachen. Ich habe erstmal Feuerwerk ausgestellt. Wie? Ich habe ein Feuerwerk ausgestellt. Und zwar Music & Sounds und dann Ambient Environment. Aber ich weiß nicht, was du mir jetzt noch alles ausstellst. So. Okay. Staff only. Staff only ist interessanter. Locker. Oh. Ausrufezeichen. Ah. Ah. Ah ja. Kameras ausschalten. Kameras sind auch offline. Und es nervt nichts mehr. Okay. Also gut. Jetzt haben wir keine Sorgen mehr über irgendwelche, ähm, ähm, Wächter. Ja. Hast du noch die Kika? Nö, die wurde reingezogen. Beim Knopf drücken. Beim Knopf drücken. Ist doch nicht. Ne. Zahn. Ist das zu wie das Level wurde meins, wo ein Wolkenkratzer ist und dann 20 noch umrum? Hm? Ist das das Level, was du meinst mit dem einen Wolkenkratzer und den 20 drumrum noch zufällig? Äh. Ja, weil das habe ich nicht ganz gespielt. Ich bin, war noch am Anfang. Ach so. Ah, hier ist der Marker. Oh mein Gott. Oh mein Gott. What the fuck. What the fuck. Alter. Alter. Was ist das denn? Ich bin normal. Ich bin normal. Ich bin normal. Klingt das? Weißt du was, das mache ich jetzt auch. Ich bin normal. Alter, was machst du? Ah, Hilfe. Nein. 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 Ah. Nein. Ah. Oh. Okay. Das sieht auf. Nochmal. Jetzt bin ich mal dran. Oh. 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 Nein! Nein! Au! Nein! Au! Okay, gut. Jetzt lass mal weitermachen, ja. Wir schaffen irgendwie grad nichts Sinnvolles. Gebäude raus. Ja, lass mal ruhig. Warum auch so ein Schwert mehr? Könnte ja jetzt halt ein Wächter sein. Boah, den Feuerwehr... Das hast du dir jetzt so gedacht. Ich muss dich nur töten und kann's noch mal ganz anfangen. Also, halt... ...still. So, ähm... Ich würd' sagen, wir gehen hier mal rein. Hier ist noch ein Ausflugzeichen. Aufzug. Nee, noch nicht. Ich glaub, da geht's weiter. Ich will noch... umgucken. Willst du umgucken? Ich guck, hier ist eine kurze Mischka. Wirklich nicht. Lass die umbringen. Dann kommen nachher 20 Wächter. Ich töte die jetzt. Nicht durchgegeben. Dann war ich jetzt. Guck mal, hier ist ein Mega-Ball. Uh-huh. Hat der eigentlich ne Küche? Weiß ich nicht. Wann hast du den Kölzen gemacht? Wann hast du den Kölzen gemacht? Ich glaub, wir sollen hier hin. The Private Museum. Auch. Ich geh links. So. Wir sind beide links gegangen. Äh, rechts gegangen. Ach, keine Ahnung. Hey, guck. Die Ablock. Meiner. Oh mein Gott. Er ist schon... Ihr habt die Meiner. Die haben die Ablöcke. Aha. Kleine Abgebildung, den wir zu Crap-2. Ah, offen. Nehm, nehm, nehm. Oh, sorry. Hast du die? Ich habe... Einen aber jetzt leider angebrochen gerade. Ich hoffe, das zählt noch. Ich hab zwei bloß. Ich hab auch zwei, ja. Passt schon. Einen angebrochen und einen normalen. Ich hab dich mit einem aussehen grad verschlagen. Ich hoffe, der nimmt ihn noch an. Wäre nicht, da haben wir jetzt ein Problem. Oh, ist der Heli. Sollen wir glaub ich jetzt hin. So. Und jetzt war gleich den Jump. Pass mal auf. Es war grad nur so aus Spaß gemeint. Ich darf noch mal... Ich darf noch mal Seilbahn fahren. Wir sind hier drüben. Auf der anderen Seite zumindest Seilbahn. Achso. Auf der anderen Seite noch mal Seilbahn fahren. Ja, guck mal. Was ist denn das für ein Turm da drüben? Ein Fernsehturm. Geht zumindest so aus. Wärst du was grad runtergefallen? Ich bin grad schon mal runtergefallen. Hallo. Danke. Geh weg. Nein. Hier sind ja zwei Leute. Echt. Nee. So. Ach, hier ist die Tür. Hier ist nochmal rein, oder? Ja, okay. Okay. Also ich nehme schon mal den Aufzug. Bis der Ende dann. Tschüssi. Tschüssi. Tschüss. So. Verkrankten Jump. Ich bin schon mal im Heli. Vollidiot. Ja, okay. Das ist dann das lustigste bei so einer Mission. Weißt du? Stell dir mal vor, wir würden Hardgold spielen. Ich war schon so eine erste Mission verkackt. Also du hast die Mission geschafft. Du willst eine Heli sprengen und verkackst dabei. Perfekt. So kommst du jetzt mal. Mach mal hin. Komm doch mal. Komm doch mal. Folge ist bald zu Ende. Okay. Also wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Wann ist dann nochmal David da? Wir sehen uns dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüssi.